Wir sehen uns im nächsten Mal. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Und quasi seit dem Debüt bei der Jungen-Europa-Meisterschaft. Das Ehe für die Mädels ist das kleinste. Und es ist so groß. Mit dem anderen Trick ohne T-Shirts wäre ja scheiße. Und spannend jetzt zu Neymameer. Hier für Claudia. Claudia Gisolfi, Jahrgang 1996. Im Rahmen dieser Jungen-Europa-Meisterschaft. Da kann die Jungen flinken. Also der zweite Final-Aufschnitt. Die Jungen-Europa-Junior. Und sie macht sich hier. Ihr Weg. Sie geht ihren Weg und macht es ganz souverän. Aber natürlich auch Georg ist hier auf dem Weg. Einwand hoch. Auf Gesicht. Und in die Höhe. Hey Teilen-Europa-Junior! Hallo! 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 Alle Giar. Wievolten! Welcome! Hallo, Leon! Hallo, K. Weil wir mit dir hören sind! Hallo, K. Hallo, K. So meine Damen und Herren, jetzt ab zur Unterstützung für die männliche Rute hier quasi. Und für Österreich. Ihr Paarum ist auf dem Weg nach oben. Es wird vielleicht zum Tiefen dieser Jugendermeisterschaft sein. Alles hier! 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 Gleich mit der Seite, vielleicht noch. Super auf der Welt. Jetzt geht's! Jetzt geht's! Jetzt geht's! Jetzt geht's! Auf geht's hier! Jetzt geht's! doing! Super auf! Super themen. Alles hier! Alles hier! B autorikiert! Erst hier! Alles hier! cùng woher! Alleun hier! Alleun hier! Alles hier! Nur richtig, dass er ganz falsch topen würde. Der Knüppel ist schrecklich, wenn ihr jetzt reingemacht habt.